Ein wunderschönen guten Hallo Freunde der leisen Tanzmusik und willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Trek Armada 2. In der letzten Folge haben wir die dritte Mission geschafft, das Verbot und diesmal heißt es wohl in Mission Nummer 4 auf schlechte Nachbarschaft. Ich hoffe euch da draußen geht es soweit gut und wenn nicht, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Planeten Systeme in Gitter 9, 6, 7 sollen assimiliert werden. Ansässige Spezies und alle Ressourcen entfernen. Neue Kolonieschiffe wenn nötig konstruieren. Widerstand ist zwecklos. Wir sind die Borg. Wir werden uns fügen. Wir sind die Borg, wir werden uns fügen? Achso, ja, kurz, sie hat mit ihren Leuten gesprochen, okay. Ziele konstruieren sie einen Nexus und fassen sie so Fuß im System. Bauen sie einen Technologie Assimilator, um die Spezialwaffen des Feindes zu absorbieren. Kolonisieren sie alle Planeten im Gitter 9, 6, 7 und gewinnen wichtige Ressourcen. Der Diamond der Borg darf nicht zerstört werden. Hinweis bekämpfen sie die feindlichen Verteidigungen mit der Habinger aus der Entfernung und überwältigen sie mit dem taktischen Kubus selbst die stärksten Kampfschiffe. Die Spezialwaffen der Sphäre-Klasse, die Regeneration, kann im Modifikationszentrum erforscht werden und neue Schiffserweiterungen sind in der Schiffserweiterungswerft verfügbar. Okay. Aktivieren alle Alkoholen. Dann machen wir das. Ähm. Wir sind die Borg. Oh, Keilklasse? Ach nee, Habinger. Neue Ziele. Das Kollektiv muss wachsen. Oh Gott, was haben wir denn hier alles? Zu Befehl. Ähm. Hier oben haben wir schon mal dieses hier. Da können wir zwei Ressourcensammlein schicken. Da müssen wir aber auf alle Fälle weiter runter. So. Ich bin der Anfang. Ich bin der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Schauen wir uns mal um. Wir werden uns anpassen. Ach Gott, immer so viel Kleingekröße hier. Verhandlungen sind irrelevant. Ihr könnt alle mal rumfliechen und suchen. So. An alle Romulanischen Einheiten. Die Borg sind in das System eingetreten. Ne, das kommt euch nur so vor. Verhalten Sie sich auf den Kampf vor. Was denn? Wir sind eins. Nicht assimilierte Spezies. Seid doch mal ein bisschen gastfreundlich, ihr Romulaner. Seid ihr nicht bekannt für große ausgelassene Fäden? Ach nee. Das waren die Vulkaner. Haha, halt dein Maul. Okay. Wir werden uns anpassen. Verlegen Position. Das war ein Spaß. Ich weiß natürlich, dass es nicht die Romulaner waren. Es sind die Klingonen, die sind für sowas bekannt. Na, so. Böne die Ecke reingeklemmt. Und... Ah, das nervt. Kommt so. Habe ich bestätigt? Bestätige ich immer noch. Verlegen Position. Wir dienen dem Projektiv. Wir werden uns anpassen. Dann mal gucken, wie schnell wir hier ordentlich Fuß fassen können. Zu Befehl. Wir geben uns zum Gitter. Du gehst da mal runter. Ihr könnt da oben bleiben. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Dann brauchen wir hier nochmal was für Ressourcen zum Sammeln. Instruktionen erhalten. Ihr ballert euch da unten gut durch. Das finde ich in Ordnung. Stationsbau abgeschlossen. Nexus haben wir gebaut und somit Fuß gefasst in dem System. Zu Befehl. Aber die meisten von uns fassen doch lieber Essen. Was? Bestätig. Quatsch, der Kerl da. Aktivieren alle Alkoholen. Der komische Mann im Internet. Bestätig. Ja. Stationsbau abgeschlossen. Schiffsbau begonnen. Genau, neue Sachen. Aber bitte da hochschicken. Das Kollektiv muss wachsen. Schiffsbau abgeschlossen. Nochmal Sensoren. Stationsbau abgeschlossen. Schiffsbau abgeschlossen. Stationsbau begonnen. Wir sind die Borg. Stationsbau abgeschlossen. Das Kollektiv muss wachsen. Nicht assimiliertes Spezies wird angegriffen. Unten verstärke ich mich nämlich so gut es geht. Mit, wenn wir schon so eine wundervolle Verengung haben, wir diese dann noch dementsprechend nutzen können. Das Kollektiv muss wachsen. Das Kollektiv wird angegriffen. Was traut denn sich denn? Ja, geh weg. Geh mal lieber weg, du. Warum bist du eigentlich dahin geflogen? Habe ich dir das gestattet, Frau Baukönigin? Stationsbau abgeschlossen. So. Bauen wir hier mal auf. Stationsbau begonnen. Stationsbau abgeschlossen. Bestätigt. Das Kollektiv muss wachsen. The collective must grow. Bestätigt. Stationsbau begonnen. Hier unten ist was. Das kann ich wegmachen. Nicht assimiliertes Spezies wird angegriffen. Das können wir schon mal wegmachen. Das muss ja nicht sein. Alles was wir weniger haben, haben wir weniger zu bekämpfen. Ja. Typisch. Einer drödelt immer. Remodulieren Schilde. Begegnet Angriff. Das ist noch ein Frachtschiff. Na ja gut. Auf dem Weg. Begegnet Angriff. Kolonieschiff. Okay. Zu Gefehl. Habt ihr hier einiges, ne? Wir dienen dem Projektiv. Weiß nicht, ob ich das so voll finde. Wo ist aber das Frachtschiff hingeflogen? Wir dienen dem Projektiv. Sag oder schweig für ewig. Für immer. Da. Mit. Er flattert erstmal hier wieder vorne hin. Wir schweigen hier. Ich glaube hier sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Gegeben uns zum Sektor. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Scotty, du quatschst ein bisschen hier. Du solltest mehr bauen. Ja. Bisschen. Wow. Warte, sag doch noch hier. Ja, wir sind doch eigentlich ganz gut aufgestellt. Und dann kommt sowas hier. Du willst mich doch verarschen. Komm. Reparatur. Ja, braucht ihr. Definitiv. Ja, komm mal. Das gefällt euch wieder nicht so geil, ne? Oh. Tatsächlich, ein Kubus hat es nur überstanden. Äh, hä. Ich wollte doch da noch was hochschicken. Dann machen wir hier auch noch so eine kleine Phalanx mit vielen kleinen Schützen. Gut. Dann können wir die große Werbe bauen. Die ist noch Logie-Assembler. Wir werden uns flügen. Den brauchen wir dann, um... Alles ein wenig aufzupimpen. Ne, beziehungsweise um... ...fremde Techniken einzunehmen. Aktivieren alle Alkoven. Ja, ich mach hier so nebenbei mal eben. Stationsbau begonnen. Nebenbei eben nochmal alles verstärken. So, was haben wir denn hier? Zusätzliche Technologien werden erforscht. Mal schön nebenbei. Ich bin mal gespannt. Wenn wir jetzt das Tachion-Detektoren-Gitter haben, was... Ich sag's doch. Ich sag's doch. Wieder mal die ganze Basis voll mit Romulanern. Es ist doch echt immer dasselbe. Die sind wie Kakerlaken. Die kriegst du einfach nicht so richtig weg. Und sobald das Licht angeht... ...huch, husch, husch, husch. ...Stationsbau begonnen. Wir werden uns anpassen. Assimilieren das Schiff. Zu Befehl. Naja, Schimpfalk aus der Entfernung. Ich hasse es. Stationsbau abgeschlossen. Wir dienen dem Projektiv. Aktivieren alle Alkohlen. Bestätigt. Zu Befehl. Wir benötigen Regeneration. Genau, das will ich auch meinen. Ah, kaktische Kuchen. Aber ab wann kann ich... ...ab wann kann ich... ...diese... ...ach, ihr wisst schon, diesen... ...Prosionskubus bauen. Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Halt der Strahlkubus. Das will ich. Oh, wieder so ein Arschkampion. Wir werden uns anpassen. Zu Befehl. Hört auf damit. Ich kann euch doch jetzt sehen. Das Kollektiv muss wachsen. Das wisst ihr doch jetzt. Wir werden uns fügen. Kann euch sehen und dadurch auch einfacher kaputt machen. Also hört auf damit. Seid einfach gute Nachbarn und zieht aus. Oder halt nicht. Stationsbau abgeschlossen. Ja. Warte mal, ist das hier... Ach nee, das ist Technologie Assembler. Kann ich... Oh, taktischen Kubus kann ich immer noch nicht bauen. Ich will aber einen taktischen Kubus bauen. Ich will nicht die regulären. Ich will die taktischen haben. Warum? Weil sie einfach härter knallen. Das klingt irgendwie falsch. Gucken mal. Da steckt sich da unten einfach einer. Aktivieren alle Alkohol. Komm. Klingt das Schiff wieder intakt und dann ist das cool. So, wann bist du fertig? Du bist auch gleich fertig. Ach, das da oben ist. Diese letzte Stationsvariante. Ähm, wo wir es bei den anderen Rassen hatten, die Waffen extra zu verstärken und hast du nicht gesehen. Aktivieren alle Alkoholen. Ach, der hat gerade seinen Haltestrahl genutzt. Aktivieren alle Alkoholen. Das Kollektiv wird angegriffen. Kannst du es wagen. Du kleiner, mieser. Du mieser, kleiner Romulana, du. Aktivieren alle Alkoholen. Böser, böser Buche. Oh, jetzt kann ich die taktischen bauen. Jetzt ist Bau begonnen. Das mache ich jetzt auch so. Das habt ihr jetzt doch mal. Stationsbau abgeschlossen. Aktivieren alle Alkoholen. Das werden die sich jetzt merken. Wir werden uns flügen. Ihr konntet es nicht sehen, aber ich habe denen die Zunge rausgesteckt. Schiffsbau abgeschlossen. Warum? Wir werden uns anpassen. Nicht assimiliertes Spezies wird angegriffen. Haltestrahl, Schildumkehrstrahl. Was kann der eigentlich nicht? Ja, Fusionskubus bauen kann er nicht. Stationsbau abgeschlossen. Schade eigentlich. Schiffsbau abgeschlossen. Das haben wir auch. Auto Assimilator. Regenerationssphäre. Transwarp-Antrieb für bla bla bla. Du kannst auch nichts erforschen. Aber du kannst erforschen. Und das machen wir jetzt auch. Denn wir möchten natürlich endlich hier mal alles kaputt. Die Rinski machen. Ja, vielleicht können wir ja dann in den nächsten Missionen die Risionskuchen machen. Man weiß es einfach nicht. Ja, wahrscheinlich ein paar Profis unter euch. Die werden es dann schon wieder wissen. Na, toll. Jetzt geht mir das Personal aus, oder wie? Da fehlt noch eins. Mal gucken. Ah, die haben eine Basis hier aber auch noch. Das will ich noch nicht. Dann sollen die taktischen Kuben erstmal da oben ein bisschen rumschlawinern. Mal gucken, ob da ein paar Sachen sind, die ich kaputt machen kann. Mal gucken, guck mal. Siehst du? Da war schon wieder was. Da war doch was. Ja, siehst du? Das ist toll. Der halte Strahl, der hat schon wieder was. So. Hier geht alle schön euch demontieren lassen. Hier geht schon alle euch schön demontieren lassen. Ach, hier. In deutscher Sprache ist wehre Sprache. So. Also, ich finde es ja schon ein bisschen herrlich. Mit diesem Heiterstrahl. Einfach alles einnehmen. Das geht aber auch ruckzuck. Der Heiterstrahl, der ist viel effektiver als dieser Assimilator. Leck mich am Arsch. Äh, nö. Hör auf damit. Das ist keine gute Idee, wenn du das machst. Zu Befehl. Wir dienen dem Kollektiv. Unzureichende Ressourcen in diesem Gitter. Raptor-Klasse. Hä? Das Kollektiv wird angegriffen. Ach, das ist dieser Assembler-Assimilator-Dingens da. Akkivieren alle Alkoholen. Ach, jo. Komm, repariere. Dann bauen wir nämlich hier schön ab. Unzureichende Ressourcen. Wir setzen Positionen. Das ist toll. Das ist... Irgendwie hat das was. Nicht-assimilierte Spezies wird angegriffen. Einfach schön alles durchassimilieren. Aktivieren alle Alkoholen. Zu Befehl. Und jetzt holen wir uns den Planeten. Auf dem Weg. Aktivieren alle Alkoholen. Aktivieren alle Alkoholen. Wir dienen dem Kollektiv. Ja, das braucht ja wirklich kein Mensch und eine Handelsstation. Zu Befehl. So, jetzt. Assimilation des Planeten begonnen. Zu Befehl. Und so kriegen wir auch gleich wieder viel mehr Drohnen. Schiff-Snow begonnen. Wir geben uns zum Fettbewerb. Ganz ehrlich, ich müsste mir mal meine Videos mal komplett angucken. Mich würde schon interessieren, was für ein Quatsch ich zwischendurch Lava. Bestimmt ausreichend. Aber der ein oder andere hat gemeint, es wäre erheiternd. Hier unten ist noch was. Na ja, macht das hier schon. Schiff-Snow begonnen. Wir setzen Positionen. Wir dienen dem Kollektiv. Assimilieren das Schiff. Ja, dann assimiliert auch. Aktivieren alle Alkoholen. Wir dienen dem Kollektiv. Du arbeitest jetzt für das Kollektiv. Gewöhn dich dran. Unzureichende Ressourcen in diesem Gitter. Unzureichende Drohnen. Ja, schon wieder. Es ist doch immer dasselbe hier. Wir haben nicht genügend Dronen. Warte mal, aber ihr könnt mal da hoch. Und euch reparieren lassen, oder? Das sollte doch alles gehen. So. Dann gehen wir den Planeten mal auf ein hohes Bevölkerungslimit. Tja, Freunde, mehret euch. Verhandlungen sind irrelevant. Also ich muss sagen, die sind schon kackendreist hier. Verhandlungen sind irrelevant. Hier Romulana. Na, also schon irgendwie, ne? Aktivieren alle Alkoholen. Ja, schon irgendwie, ne? Ja. Äh, nötig behalten wir. Wir dienen dem Kollektiv. Du bist wertvoll. Wir dienen dem Kollektiv. Hä, das ist schließlich im Warbird, also. Unzureichende Ressourcen. Die sind schon gar nicht mal so unstabil. Ach. Zu Befehl. Kolonieschiff. Okay. Warum nicht? Schiff zur Demontage bestimmt. Nicht assimilierte Spezies wird angegriffen. Ziel erhalten. Hier unten ist echt alles weggebastelt, äh, weggehandelt. Aber guck mal hier, 32.000 die Lithium. Oh, ist so fair. Komm. Das, äh, brauchen wir ja dann nicht mehr. Alles, was du nicht brauchst, kannst du ja auch, äh, weglassen, ja? Aktivieren alle Alkoholen. Der Planet ist auch gleich vollbevöckert mit 2.000, glaube ich, ne? Ja. Und jetzt geht's hier unten mal ein bisschen runder. Zu Befehl. Hm, haben wir hier, ne. Aktivieren alle Alkoholen. Hier, schauen wir uns einfach hier nochmal ein bisschen um. Schilderung. Und Wachma haben wir schon verbessert. Dann werden wir selbiges jetzt mit den Sensoren nochmal machen. Mal gucken, was haben wir denn hier unten noch? Wir können doch bestimmt hier irgendwo ein bisschen Ärger machen. Ei! Ei, ihr meint's aber auch gut hier, ne? Der Haltestrahl könnte natürlich jetzt einen gewissen Vorteil darstellen. Wenn wir die vielleicht übernehmen können. Ich glaube, das hat sogar ganz gut hingegraut. Guck mal an. Was ist mit dir? Du bist auch... Ja, komm hier. Demontage. Ihr geht nochmal zur Reparatur. Aber die haben jetzt doch ganz gut Schaden genommen. Also langsam wird's mit der Bevölkerung. Aber ich will mir den hier unten auch... Wir müssen sowieso alle holen. Wie langsam möchten sie zur Reparatur fliegen? Antwort Ja. Wir werden das anpassen. Meine Güte. Wir benötigen Regeneration. Dann sollte ich die Flotte hier vorne erformieren wahrscheinlich. Würde jedenfalls Sinn machen. Oh. Ja, man sieht, wir haben noch irgendwie Bevölkerungsprobleme. Schiffsbau abgeschlossen. Unzureichende Drohnen. Ja. Wir nehmen den Kollektiv. Das wissen wir doch mittlerweile. Weil die Schiffe werden nämlich nicht mehr komplett neu bemannt gerade. Das heißt, wir haben zu wenig Drohnen. Wir dienen dem Kollektiv. Wow. Was ist denn das? Aktivieren alle Alkohlen. Nicht assimilieren. Das können wir natürlich nicht dulden. Sag mal, guckt euch mal das hier an. Das Kollektiv wird angegriffen. Sag mal. Schiffsbau begonnen. Sind zwar nur kleine Schiffe, aber trotzdem. Das muss ja nicht sein, ne? Ich meine, ich kann es ja nicht einfach zulassen, dass ihr hier mal eben schön Wandertag durch mein Gebiet macht. Oder mein mittlerweile Gebiet. Zu Befehl. Schiffsbau abgeschlossen. Unzureichende Drohnen. Das war ja jetzt auch was, du. Das war ja gut, du. Schiffs für Demontage bestimmt. Das können wir reparieren. Wir benötigen Regeneration. Aktivieren alle Alkohlen. Aktivieren alle Alkohlen. Alkohlen, oder so. Sensorenstörer. Regieren Angriff. Kriegen wir die Basis eingenommen? Bitte, lass die Antwort. Ja. Nicht-assimilierte Spezies wird angegriffen. Unzureichende Drohnen. Ja, ja. Unzureichende Drohnen. Unzureichend hier. Unzureichend da. Wir müssen wieder mal ein paar Welten einnehmen. Wir dienen dem Projektiv. Ich hätte es ja so gerne vermieden, aber... Nun ja. Das Spiel lässt mir keine Wahl. Wir werden nicht eher ruhen, bis sie alle einen qualvollen Tod gestorben sind. Mal eben eine ganze Basis eingenommen. Wir setzen Positionen. Schiffs für Demontage bestimmt. Wir setzen Positionen. Zu Befehl. So. Und du sammelst jetzt für uns. Sehr schön. Ist toll. Aktivieren alle Alkoholen. Ja, das ist schon irgendwie schicke. Zu Befehl. Ja, hier. Das weiß noch gar nicht. Will ich Plus, will ich Minus oder doch nicht? Aktivieren alle Alkoholen. Das Kollektivor-Fall. Ey, kannst du deinen Arsch mal bewegen und mit Warp fliegen? Oh, hier. Zu Befehl. Auf dem Weg. Wir gehen in den Korrektiv. Wir gehen in den Korrektiv. Und ihr habt einen Hänger. Du hast auch einen Hänger. So, jetzt aber. Wir gehen uns zum Sektor. Ungültiges Ziel. Ihr glaubt auch, wir machen hier nur langweilig Wandertag. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Ja, ich hab's irgendwie mit Wandertag heute. Ich weiß. Ist mir auch schon aufgefahren. Das Schöne ist, durch die Sternenbasis optimaler Schutz. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Oh, aber schlecht. Dann solltet ihr vielleicht mal raus da. Wir sind in einen gefährlichen Nebel eingetreten. Ja, ist ja okay. Ihr dürft das ja gerne, wenn das so ein Hobby-Ding bei euch ist. Aber ihr solltet das trotzdem nicht tun. Die Borg werden diesen Planeten assimilieren. Natürlich werden sie das. Alle Lebensformen schließen sich dem Kollektiv an. Guck mal hier. Alle Ressourcen werden ihm zugeführt. Ihr seid aber echt dreist. Ungültiges Ziel. Wir wurden von Borg-Naniten infiziert. Ist doch in Ordnung. Wir geben uns zum Gitter. Schiffsbau abgeschlossen. Ihr schenkt echt bis hier hoch Schiffe? Wirklich? Zu Gefehl. Wir benötigen Regeneration. Ich meine, wir haben hier ein bisschen zu umständlich, aber okay. Wir schenken den Kollektiv. Verlegen Position. Wir werden uns anpassen. Schiffsbau abgeschlossen. Ich bin da an. Vier Schiffe brauchen wir noch. Drei haben wir. Wir schenken Kollektiv. Nicht assimiliertes Spezies wird angegriffen. Zusätzliche Technologien erlangen. Zu Gefehl. Ist nicht dein Ernst. Ja. Hat da jemand mal mein Schiff angegriffen? Ja, ist ja in Ordnung. Aktivieren alle Alkohlen. Das wissen wir ja langsam. Wir dienen den Kollektiv. Wir geben uns zum Gitter. Zu Gefehl. Hm? Wir geben uns zum Sektor. Sehr gut. Ein herrenloses Schiff. Eine herrenlose Schiff. Schiffsbau abgeschlossen. Unzureichende Drohnen. Zu Gefehl. Ja, dann haben wir euch doch. Energie kommt zum Sektor. Planetenstreitmacht wird angegriffen. Die Opposition muss eliminiert werden, bevor der Planet assimiliert werden kann. Schiffsbau abgeschlossen. Alles schön mit Drohnen hier. Aktivieren alle Alkohlen. Nicht assimiliertes Spezies wird angegriffen. Das Kollektiv wird angegriffen. Schon wieder alles einfach mal easy peasy so eingenommen. Es ist schon eine harte Waffe, dieser Haltestrahl. Oh, du blöder Ferengi, ey. Wie gerne würde ich die Schiffe zerstören, du. Wie gerne würde ich das tun. Gucken wir gleich mal hier oben. Bist du jetzt in der Lage, wieder einen Planeten einzunehmen? Solltest du eigentlich? Ich glaube, das... Wobei, nee, das ist abhängig. Das ist abhängig von der... Er startet doch mit 500 Besatzungen, wenn ich nicht irre. Hm, was ist denn der? Auch 99? Dabei habe ich ihn jetzt so repariert. Nö, nö, bleibt so. Okay, gut. Gut, soll mir recht sein. Dann hol dir den Planeten. Los, Fass. Fass, Bänder, Fass, Bänder. Ja, wer kennt die nicht? Nein! Ah, bin ich doof. Ich habe aus Versehen... Ich habe aus Ver... Oh, ja. Ich habe ihn aus Versehen zur Demontage geschickt. Ich voll Trottel. Ei, 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 ei. Ja, Pumpenheit und Zweites nach. Du gehst da runter und holst hier. Wo ist denn das passiert? Wie konnte denn das passieren auf einmal? So. Wow, ihr seid dreist. Direkt neben meiner Basis hier... Äh, du... Hallo. Da bist du sprachlos. Zu Befehl. Ne, bleib mal da oben. Ne, bleib da oben. Ist besser. Ach, gucke mal. Hier, schon wieder. Wo fliegt ihr hin? Das Kollektiv wird angegriffen. Wir dienen dem Kollektiv. Zusätzliche Technologien erworben. Wir dienen dem Kollektiv. Zu Befehl. Und greift ihr jetzt bitte nicht an? Wir werden uns anpassen. Wir werden uns anpassen. Oder wolltet ihr irgendwie absichtlich warten? Und jetzt? Was ist denn jetzt hier falsch? Wir dienen dem Kollektiv. Ja, geht erstmal bei einer Sensor. Dann versucht... Unser Planet wird angegriffen. Was? Aktivieren alle Alkohol. Wo das? Da? Hier unten? Ach, das war's. Das Planetensystem in Gitter 967 wurde assimiliert. Das Kollektiv ist gewachsen. Ja, das Kollektiv ist jetzt schon ruhig geworden. Alles klar, Freunde. Dann sage ich mal wieder vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst schon, lasst gerne ein Like oder ein Abo. Das schreibt einen Kommentar. Das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotti. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.